leute danke für tausend abonnenten auf youtube steht da noch immer tausend aber meine echte abonnentenzahl hat sich um neun erhöht also jetzt habe ich ich weiß nicht ob es deutsch habe jetzt habe ich 1009 auf youtube steht 10000 aber es ist 1009 also meine abonnentenzahl frieren nicht verwendet sein ich habe mehr als 10000 danke euch danke nochmal seid die besten ich hoffe es kommt ein special ich hoffe ich habe genug zeit und ja wir sehen uns hoffentlich morgen wieder tschau also hier steht dass ich 1000 abonnenten habe aber wie wir jetzt mal ich kann nicht mehr reden ihr habt es schon gesehen ich habe 1009 nicht verwirrend sein youtube muss muss noch was überprüfen aufrufen so auf jeden fall danke für die 1009 abonnenten ich hoffe es kommt ein special und ja wir sehen uns hoffentlich morgen wieder